Hallo Leute, willkommen zu einem Videospielspielspielspiel Tutaj! Und ich nehme meinen, aber jetzt habe ich schon 13 Abonnenten! Wie geht das? Im Moment habe ich den ersten Verletzten von Jürgen und Weiß, und halbwochen hat ich meine er vorher eine halbwoche und 3 vor und halb vor einstürzt vor einer heute wochen kann ich verstehen vor allem und fast zwei wochen naja erst hab ich noch neuner benennen jetzt habe ich schon 30 was ich auch für welche in einem Monat Prozent oder wenn man aber nicht das werft der hunderte Abonnenten schön wer ich höre ich erste dafür bedanken ist da komme ich mir auf und auf und reden jetzt nur ich eigentlich mehr aufmerksamkeit ist gleich habe ich auch zwei Millionen aber auch hinein so übertreiben auch nicht die Freude zum glückliche Sprengst du ja wohl wird und immer schwer und einst wenn das wieder online das war ich ehrlich eigentlich später die ich bin ich bin gesperrt worden denn wir hatten Probleme denn es waren zu viel Hed-Kommentare das Eifer des Server überlaufen zwar ich meine Frau für den Weg schon so passiert alle irgendeine die jüdiger so ein Video macht die andere beleidigt und dann so Kass von Prozent für den Abonnenten Prozent den Nürnchen die mehr alle beleidigt und für den Leuten die Niederbeleidigungen dort heute aber das selbst wird also eine eigene Abonnenten alle Abonnenten Leute schaut das ist das immer er dann nicht mein Papier dass die jüdiger ist mein Graf das gibt es verdauen geht das wer also wenn er für die Falle in der Abonnenten alle vor wenn er dann haben wir auch keine Nürnste waren er keine Nürnchen YouTube mehr für einen Tag ja so machen heute spielte oder team kommt auch kaum ein Teamkopf oder habe ich habe mich schon keine Glücks doch ich habe die gerade aufgemacht meine Kurszeit nicht die Füße ist die Schüsse auf der Welt und die Mini Teamkampf und Geld ich bin hier so scheiß mannte weil es wird irgendwer im Hintergrund hat das was gibt es denn hier dann mein Ventilator ein kleines Erwärm man schafft keine Antifizierungen sind aber ich glaube ich bin 26 und 20 jahre Juhu ein gutes Wetter zum Stern haben so wie man schreibt die Linie mit 5.300 Prozent der 20-jährige Aufrufe also ist die Kinder besser und in einem Monat habe ich eine Million Aufruf auch immer zu überbringen Prozent Prozent Hallo der komplett geborgen ja dann hallo mann und die leute schießen dass jemand sagen wir sprechen etwas lauf um mein leben nein 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 ich lebe wie geht das denn ich glaube ich bin gott was machst du wieso läufst du nicht von dem weg du bist du okay nein ich provozieren und werde ich gleich das opfer sein das ist kein witz wieso ich habe mein leben ja ich habe mein leben noch mehr schafft die grafen zu ihm verschwenden scheiße da war man nur zuckte die leute lange bietet jemand in ihr probierte meine videos werden auch von kontakt und kontakt und pro folge immer beschissener Prozent war er die Erwärmung wieder nur die Lohr und hat recht ihr habt ein Kind Prozent Lohmannen die Schlau Euro der Werner der Schemmenschwerden hier kommt der Kapital ich bin die Königin ich komme hier auf die Gertorben von Bambam 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 aber auch die die Gitte O-O-O-O-Kirche Jopro hier also jetzt Jürgen Lerner der Schöpfung hier drinnen hatten die Verlangen Röhr Röhrge muss immer dort scheitbar und er hat das hat die Gier ich weiß auch nicht die Bekämpfung der Bekämpfung da wir werden wir im Leben und auch bei erweilen ihm auch nicht stimmt ich bin ja ein Campershop hier kein Leben er hat schon war er Lott und die Google 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 mit die Gäste alles lange Google Power Rangers die und das wird vorhin das lief nicht mehr auf den Kopf gut die Idee dass wir nicht vorliegen wo es sich schon fast gestorben auch nur Prozent ich habe ja gesagt mein Kontakten also was sage heute pro Video immer wird immer beschissen nach dem Schleiften er bestimmt werden ich möchte dass wir die Flasche am Nacht am Anfang bemerkt hier habe ich etwas geändert ich weiß ich schon mal will ich hier hinten gehen noch keine Ahnung und man wird mehr vor der alte noch hintergrund der zwei Karte ich glaube das Spiel kommt nicht zurecht damit nicht so viel Kohler haben auch gehen um 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 ich bin beschissen n das ist auch eine Scheiße heute wieder so gut wird man aber schon sehen die ersten die Rede ein zweites Video Schockmann Leben eine Stunde später Nr und durchschnittliche Faschene natürlich ich werde in das Team geworfen worden natürlich schon von der Nähe ich hab mein Leben noch mehr Naja die Europäer er hat er er hat er auch jetzt wird die wohnen locken die Kühle Prozent Euro an Bärm und jetzt wird es nicht lieber ein Wort ich fliegt Julio Nein hier oben und so viel noch Dombom-Dom-Dom dumm alle ja gut hab ich gesagt rau hallo ich hoffe mein leben um und nachdem er mit dem Sturm wieder und hier und so kann er nicht ja Nahrung und von der Nacht wird ja hab ihn so wird nie die Flange bekommen und Minis 13 auf den Scheißler und wird sie die ich bin ich glaube ich konnte doch Kurs der Karte habe ich nie gespielt ich bin die Idee die Welt das heißt die Vorbereitung mitnehmen wo ich keine Ahnung würde die Ausgut die 1 1 4 in die Nähe aber auch die Beckenheit aber ich muss mal aber entlernen er ist noch mehr bohlen nicht scheiße wenn man es kommt ich und dass die Nerven eine Stunde zum Lahn braucht Nr Nr okay da 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 Denn ihnen wohin mal jetzt gar nicht heute kann ich die Flagge wieder suchen gehen, oh super, ich schaff' mein Leben noch mehr heute nein, du bekommst mich nicht so, nehm' das hier, dann hier, flieh' ich dann auf den temple, oh nein Mann, ich schaff' mein Leben danke äh, oh shit nein naa, warte ja, wahrscheinlich oh, jetzt die Flagge wieder du verdammt, verdammt das kommi, komm, komm, komm ich bringe ichских, ich bringe ich schon Mannaa ok, jetzt werde ich auf den Punkt äh, wo ich die gegnerische Flagge, oder wo die Gegner Prozent so werden die Begründung okay du bist ein endlich noch zu bekommen kein Problem nur für Euro nun und Brunnen noch ich habe eine neue Schöpfung so gut sollte die Behandlung und das ist dann die Garten und von Schiedern die Gertritte der Liga und die Gäste freundlich ja neue Sachen als Nürnberg Goldberg und Kuhlern was für ein Stück zu Molo Baustattnacht das war schlösser der ersten Lieblingsnetz und am meisten zurechtkomme nicht kennen die Netze nicht wie der Blüte Keiter Platz da ich bin nur beschuldet zu füten und das hat man schon merkt und in einer Stunde später aber so diesmal bin ich Prozent auf keine Lüder weiß nur sehr gut denn es ist eine Seite aber gleich nicht auch kommen die mit einem händlichen umbringen können das ist nicht so dumm einfach aber in diesem Monat konnte ich auch von Gästen die Flanke gegen die Flanke und Lauf, lauf, lauf. So, das Koffi. Weg, 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 weg. Nein! Du blödes... Du witzig. Nein! Oh, das ist halt heute wegschütend. Aber... Lass mich doch in Ruhe, wenn die Knopf lagst, dann lass mich doch in Ruhe. Ohhhh... Das wird echt was süß, glaub ich. So. Hier weg. Nicht in Ruhe lassen. ich bin bis zum Wettbewerb noch keine und unsere Flammen explodiert heute Bärmer Halleluja so jetzt überwältigt um die Flamme und die die Verhörungen aber da hat niemand die Frage wir haben wir haben die Rantzene ab ja aber schaue er ist auch schon der Kumpel kommt ich habe die Nürburgriffe und in der Kunde er ab und ich könnte ihn werden du ein das schnellstig die Flögel auch in einem der Versteigerung gebraucht ich habe die Frage und auch auf den Schussland die in die wir in die Befugung und wobei ich auch fahrungszeichen auch nicht klar auf jeden Fall der Fakten hier in der Stiftung der Rauschen Fettchen in die Wünsche und in der Woche er will sich die Verliefung der Liga eine positive Wert und das wird nicht bleibt ich bin nicht dran gewinnen einfach und die wir hatten zu sagen hat schon bleibt ja das wird er nicht an und damit die die Begründung ist das was ich habe einfach gehabt wenn ich mich damit in die Luft der Zähne nicht so gut und nicht die Lüge und wurde dort und ich würde die Bildung erledigen Hmm.